Solgaleo und Lunala in Pokémon GO schon demnächst das Astralfinsternis-Event. Und alle Ultrabestien kehren zurück mit einer befristeten Forschung, wo man jede einzelne Ultrabestie bekommen kann. Das ist doch mal richtig genial. Fangen wir an mit der Astralfinsternis. Da wird es dann auch mit der Spezialforschung weitergehen. Und hier steht dran, für 100 Cosmog-Bonbons könnt ihr Cosmogum tagsüber zu Solgaleo und nachts zu Lunala entwickeln. Also tatsächlich mal nicht im Raid oder sonst wo in Pokémon GO, sondern per Spezialforschung mit unserem Cosmog, welches wir schon vor einigen Wochen erhalten haben. Sehr genial. Bedeutet das dann auch, dass wir uns zumindest vorerst für eines von beiden entscheiden müssen? Vermutlich. Doch Niantic hat vor längerer Zeit bereits angekündigt, dass man weitere Gelegenheiten für weitere Cosmog erhalten wird. Irgendwann in Zukunft. Im Event der Astralfinsternis wird es einige Sammler-Herausforderungen geben. Und wenn man diese meistert, dann wird man, Zitat, mit Sternenstaub überschüttet werden. Ich rechne also mit 100 bis 300 Sternenstaub als Belohnung, würde ich jetzt mal sagen. Dann gibt es einen besonderen Nebula-Himmel. Das ist wirklich immer ein Highlight. Die schönen Sonnenuntergänge, die Wetterbedingungen, Himmel, jetzt Halloween-Event. Mir gefällt das echt sehr gut. Ansonsten, bonusmäßig war es das leider schon. Es gibt keine Boni in diesem Event, so wirklich. Dafür einige Pokémon in der Wildnis. Alola-Pokémon, die ja eigentlich eine vielleicht erhöhte Shiny-Chance haben. Also ein Alola-Sandarn, Alola-Wulpix kann man sich schon mal gönnen. Lunastein und Sonnfell werden auftauchen. Somnium ist ein sehr neues Shiny, das fehlt bestimmt noch einigen. Und Sterndu gibt Bonus. Sternenstaub ist ja auch aktuell im Feldforschungsdurchbruch, zumindest die Entwicklung, Stami gemeinsam mit einem Sternenstück. Und apropos Sterndu, das Pokémon wird auch in Feldforschungen auftauchen. Wirklich top, wenn man sich das aufhebt im Quest-Stapel und dann auf irgendeine Rampenlichtstunde oder einen Community Day wartet, wo es mehr Fangsternenstaub gibt. Genau, hier steht echt nur diese eine Feldforschung. Obwohl, ich rufe zur Sicherheit mal wieder die englische News auf, weil, auf Deutsch, es sind manchmal einige Fehler drin. Die Raid-Bosse wurden auch schon angekündigt. Driftlorn, Quabbel, beide, dann Iskala und Wuffles. Im Dreier-Raid Tentoxa, Shadrago, Hisui-Vashaquil. Außerdem ist dann ab dem 23. November Anego im Raid nach wie vor ohne Shiny-Symbol. Und im Mega-Raid haben wir Mega-Hundemon. Bei einer Sache enttäuscht Niantic eigentlich nie. Bei Avatar-Items. Wir haben zwar nach mehr als sechs Jahren noch immer nur eine Frisur, aber zig verschiedene Outfits. So auch für Lunala und Sol Galeo. Die werden dann ab Eventbeginn im Shop verfügbar sein und danach kann man die ebenfalls noch erhalten. Sehen cool aus, oder? Die Schwingen von Lunala, die Mähne von Sol Galeo. Dann gibt's noch Socken, Schuhe, Hose. Das war mal Event Nummer 1. Und dann werden die Ultra-Bestien zurückkehren und zwar alle auf einmal. Das hat Niantic in den vergangenen Stunden schon ein bisschen angeteasert. Es gab sogar auf der Website einen Countdown, wo ich live vor dem Bildschirm gesessen bin. Ich hab runtergefiebert. Die Sekunden gezählt. Und dann ist einfach nichts passiert. Der Server ging wohl kaputt. Fehlermeldung. Die Blog-Beiträge haben nicht geladen. Aber nun ist die News verfügbar. Eine ganze Schar an Ultra-Bestien kommt auf uns zu. Und da werde ich auch ein bisschen Gameplay zeigen. Denn die sind nicht neu. Die hatten wir alle schon. Und es gibt keine besondere Attacke. Nichts davon kann shiny sein. Doch falls ihr irgendwas verpasst habt, könnt ihr auf jeden Fall alle Pokédex-Einträge bekommen. Zwar nicht direkt im Raid unbedingt, denn es gibt überall Anego und Schlingking. Und dann in Amerika Mosquito, Asien-Pazifik, Voltriant und in Europa bei uns Chabelle. Nämlich am 27. November von 11 bis 17 Uhr. So ein Raid-Day kann man sagen. Doch dafür gibt es hier geniale Event-Boni. Nämlich mal bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe während des Events und bis zu 2 Stunden danach. Das heißt sogar von 11 bis 19 Uhr 5 gratis Raid-Pässe obendrauf. Und mit der Formulierung müsste das bedeuten, dass man in Summe sogar 7 bekommen kann. Oder 8, wenn man sich den vom Vortag aufgehoben hat. Dann eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons aus Raid-Kämpfen vor Ort. Doch diesen Bonus würde ich nicht zu hoch anrechnen. Das sollte nicht die Motivation sein, wieso ihr raidet vor Ort. Denn bei vergangenen Events, wo dieser Bonus auch am Start war, haben Leute, keine Ahnung, so 10, 20 gemacht. Und keinen Unterschied gemerkt. Nicht mal ein XL-Sonderbonbon teilweise. Also das hält sich in Grenzen. Doch hey, obendrauf, wieso denn nicht? Und 1,25 mal mehr EP für gewonnene Raid-Kämpfe. Müsste bedeuten, anstelle von zum Beispiel 10.000 im Raid bekommt man 12.500. Und was ich eben richtig genial finde. Eine begrenzte Forschung, eine befristete Forschung. Wo als Belohnung alle Ultrabestien, die wir in Pokémon Go haben, gelistet werden. Also auch Karguron, was bei uns nicht verfügbar ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die Aufgabe vielleicht lautet, fange ein Moskito. Dann kann man ein Moskito als Belohnung erhalten. Oder besiege ein Karguron im Raid. Und dann bekommt man für diese Aufgabe genau das Karguron. Das würde es doch nicht so einfach machen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall eine befristete Forschung mit 7 Ultrabestien als Belohnung. Und obendrauf gibt es sowas wie eine Herausforderung. Der Ultra-Unlock, der Hyper-Bonus sozusagen. Das heißt hier Team-Anstrengung-Empfehlungs-Challenge. Wir sollen 100.000 Trainer empfehlen und ins Spiel holen. Also nicht nur die AR-Kartierungen werden gratis an die Community. Ausgelagert, kostenlose Arbeit verrichten. Auch das Marketing übernehmen wir. Holt 100.000 neue Leute ins Boot. Bei 50.000 bekommen alle Trainer im Shop eine Box mit einem Log-Modul. Ihr habt richtig gehört. Mit einem ganzen Log-Modul. Und wenn dann noch die 37 anderen hoffentlich irgendwann als Entschädigung dazukommen bei dem Event, wo die Log-Module kaputt waren. Ich vergesse nicht. Ich bleibe da dran. Bald sind drei Wochen um. Und irgendwann müssen wir Herr Solmecke vielleicht befragen. Und bei 100.000 empfohlenen Trainern bekommen wir beim Fangen bei diesem globalen Event Ultra-Bälle. Und wer davor schon mit Ultra-Bällen mal geworfen hat, der weiß, wie angenehm das Fangen war. Die sind nämlich sofort drin geblieben. Also nicht beim ersten Wurf direkt, aber die Fangchance war schon enorm. Und das wäre wirklich ein heftiger Bonus, muss ich sagen. Das ganze Spektakel, die globale Ankunft der Ultra-Bestien, das wird am 27. November stattfinden. Und am 26. gibt es in Person Live-Events. Richtig gehört. Events, wo ihr vor Ort sein müsst. Und fünf Tage davor gibt es die Ankündigung. Das muss reichen für eine Planung von einer Reise. Nämlich in London oder Los Angeles. Riverside Terrace und Ovation Center. Dort wird am 26. November vermutlich dasselbe. Noch heftiger in Person stattfinden. Ganz viele Ultra-Bestien. Genau, so viel mal dazu. Astral-Finsternis und die Ankunft der Ultra-Bestien. Oder die Rückkehr, eher gesagt. Die sind alle schon mal angekommen. Für die Folge würde ich mal sagen, soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop, boop.